Dann quakt es laut im grünen Gras direkt am Teich. Wer ist denn das? Ein tropfnasser Frosch mit dem tropfnassen Stab. Ich habe ihn gefunden, sagt er. Quack, Quack. Kein Frosch im Teich ist so sauber wie ich. Habt ihr noch Platz für ein Tier wie mich? Auf dem Besenstiel? Ich brauche ja nicht viel. Die Hexe ruft. Ja, der Frosch kommt dazu. Ein Schlag mit dem Zauberstab. Und los geht's! Juhu! Juhu! Ah ha 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 ha! Woo hoo! Untertitelung des ZDF für funk, 2017